Guten Morgen, wir stehen hier vorm Friedrichsdorfer Schwimmbad. Es öffnet heute zum ersten Mal. Wir freuen uns sehr, dass unser Einsatz sich gelohnt hat. Es zeigt sich, Kommunalpolitik wirkt und die FDP wirkt. Wir wünschen allen in den Ferien, allen Familien viel Spaß in unserem Friedrichsdorfer Freibad. Guten Morgen zusammen. Hier stehen wir wieder vorm Friedrichsdorfer Freibad. Es macht jetzt endlich auf. Wir haben uns dafür eingesetzt und es wirkt tatsächlich. Jochen Kilp ist auch neben mir und setzt sich natürlich genau wie alle anderen dafür ein, für die Belange der Bürger und für die Interessen der Bürger. Kommunalpolitik wirkt. Wir wirken. FDP wirkt. Jochen Kilp wirkt. Danke. Wirken. Danke.